We're here, kids. What's next? I said you've coordinated several radio towers. Head to the first one and let me know where you landed. Das war ein blaues Gebäude. Töten wir es. Schieße! Was wirst du? Schieße! Guck mal, da hinten sind. Das sind Frauen. Das sind doch Riesenfrauen. Alter, hier, der grüne Strahl nervt mich. Der rote nervt mich und der grüne nicht. Du weißt, hast du mich mit LB so ein bisschen drehen kannst du in den Lelikoptern, ne? Ja, ist mir egal. Trotzdem nervt mich der rote, grüne und blaue Strahl. Ist bewusst, dass du schon rauskommen könntest, ne? Ich kann doch einfach zugucken, wie du abgeschossen bist. Ja, kannst du das? Ich sehe Dekkers. Das war so klar. Ich spring runter und das Erste, was passiert ist, ich komme in eine Scheiß-Explosion rein. Das war so. Wie viel in der Stadt glaubst du sie sich beobachtet? Warum ist sie nicht so gut? Das ist mental, sie würde das tun. Sie wäre sicher nicht so? Nein, ich werde nicht so schlafen. Du bist sicher nicht so? Nein, ich werde nicht so schlafen. Okay, warum ist hier alles kaputt? Ich werde nicht so schlafen, das ist ganz ehrlich. Okay, das war impressionant. Ich werde nicht mal wissen, warum der rote noch kommt. Ja, würdest du mal hochkommen? Es geht auf Zeit, ne? Ich wollte nur was am gucken. Ähm, da steht so leicht schief. Was ist mit der Perle? Ja, die Perle ist so dumm, um irgendwo hinzukommen. Jetzt komm rein, du hässliches Miststück, Alter. Der ist hier Blacky G3-5, Alter. Kenn ich nicht. Aber Blacky G3-5 spielt die ganze Zeit Counter-Strike. Schließt das wieder und spielt das dann wieder. Ja, davon habe ich zwei Leute auf der Kontakt, dass ich das meist machen. Und daher habe ich bei mir dieses Dings nicht mehr an, dass das angezeigt wird. Begib dich zum Funkturm. Willst du diesmal anbringen? Oh, ist mir rain. Ja, mir auch. Ich mache es jetzt einfach so. Ja, kann ich leider nicht machen, weil wir den Helikopter noch brauchen. Und was soll denn das? Was schießt auf mich? Ja, das bedeutet wahrscheinlich, dass es sicherer ist, wenn du nicht weißt. Aber es funktioniert. Das ist alles, was wichtig ist. Was werden wir tun mit dem Video, das die Presse hat? Wer geht's? Lass mich auch über das. Leute denken, dass wir uns auf der Landmacht fliehen. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Und was haben wir ihn für? Und was haben wir ihn für? Auf die Strecke? Du auch. Du bist doch gerade vor mir hergegangen. Ja, aber nicht so. Ach, Perle, Alter. Ich bleib bei der Perle. Ja, ja. Einschleim. Das hat weh, Alter. Was? Einschleim? Bist du behindert oder so? Das fragst du mich? Ja, das war doof. Ja, also. Du sollst genauso behindert zu sein, wenn du mich so was fragst. Sag bitte nicht, dass das unser Handy war. Ähm. Okay, das sag ich dann jetzt. Du musst gedrückt halten, ne? Ja, ja, ich bin gerade am Anfang. Alter, was willst du denn mit deinem komischen Schwert, Alter? Verpiss dich! Ist angebracht. Na, komm wieder. Oh mein Gott. Alter, das war auch gerufen. Oh mein Gott! Pff! Wo bist du? Alter! Sag mir nicht, dass du so runtergefallen bist. Nicht ganz! Junge, willst du mich flachsen, Alter? Ich bin nicht ganz runtergefallen. Natürlich bist du... Junge, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, super! Super gemacht! Du bist so dumm, Alter! Die falsche Sprung sah gut aus. Das Problem war, dass sie sich abgefahren haben. Ja, ich kann da leider nicht landen. Ich hab auch nie behauptet, dass das da landen kann. Ach so, ich dachte, ich knallte dafür. Dann kommst du dann hinterher geflogen oder so. Oh nein! Junge, was machst du? Junge, ich frag mich, wie du von da hinten nach da geflogen bist. Das ist so... Ich bin runtergesprungen, hab Fallschirm gezogen. Hab dann am Fallschirm gecuttet. So, normalerweise lande ich ab, wenn du gerade auf dem Bolo und tut dir weh. Diesmal hat er sich aber abgerollt und ist dann da runtergefallen. Ja, genau! Ja, genau! Ey, Junge, halt den Maul, du kannst dir die Aufnahme mal angucken. Jaja, du mit der Aufnahme. Ich mit meiner Aufnahme. Warum fliegst du schon? Egal, ich steig einfach ein. Bist du drin? Ja. Oh Gott. Boah, jetzt haben wir noch 7 Minuten 50. Danke schön! Was ist das da für ein grünes Ding, was wir da so haben? Das ist, ähm, radiotisch gestrahlen. Erstmal ehrlich. Ja, das ist so so ein Sender oder so. Dann müssen wir das machen, den Übertragungswagen da vergewaltigen oder wie. Ja, okay. Soll ich den einfach mal klauen in dem Wagen? Ne, den müssen wir, ähm, bestrahlen oder so. Bestrahlen? Einer meiner Lieblings-Hobbys. Ja, aber was du da bestrahlen verstehst hier, ne? Unsere Nacht gestern. Das verstehe ich unter bestrahlen. Alter, eklig, Digga. Wir müssen sie spooken. Ja, auf wegzufangen. Ja, so lange. Jetzt hab ich ein Visier. Bringt mir aber voll nix. Dann muss ich das Ding anvisieren. Hast du das, musst du den grünes Strahl benutzen? Keine Ahnung. Wenn ja, dann musst du den auf, ne, den grünes Strahl die ganze Zeit auf ihn zielen. Ich ziele auf den, aber ich kann den Strahl nicht sonderlich lenken. Der macht ja das selbst. Oh, ich mach das doch. Das klingt so voll radioaktiv eh. Oh, ich mach das doch. Hahaha, sag's dir doch. Hahaha. Ich glaub, ich fühl mich da auch erschrecken, wenn ich so ein Fahrer wär. Bekipp dich zum Interview. Er ist in einem abandondenen Office-Bilding. Let me send you the location. Nice work, kidsy. Now, let's get him good away. Er ist ja auch nur fast 2000 Meter weg. Guck mal, ich kann den grünes Strahl hochheben. Yay. Und runter. Yay. Ich seh ihn sogar nicht mehr, aber ist ja. Ich seh ihn immer noch. Ich hör ihn auch noch leider. Du, 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 du. Das Gebäude ist groß als grüner. Ja. Leicht, ne? Ich bin nur mal so spontan aufgefallen. Muss er irgendwann mal runterziehen? No one calls me it. Das dauert mir zu lang. Junge, wenn du daneben springst, ne? Das ist ein bisschen verkackt. Na, ich treff schon. This looks like the place. Clear him out. Quick and quietly. Quietish? Hm. Junge, was ist denn da? Ja. Ja, ich kann hier nicht rausspringen, weil Perle kein Dings hat. Ich hab keine Waffen ausgerissen, was noch gar leid. Und ich kann nicht landen. Ja, zuck ruhig da. Ich seh ihn nicht mehr, du Arscher. Wär nett, wenn ich dich wenigstens hinter diesen ganzen Geräten sehen würde. Und das landen ist richtig dumm gemacht, ja. What the? Du musst das mal bei mir nachher alles anschauen. Die ganzen Typen sind voll verpackt bei mir. Ach, kommst du auch mal hier hin? Ich hab's auch mal geschafft, hier zu landen, Alter. Boah. Dumm. Ich sag dir. Dauert mir zu lange. Ja, aber ich kann nicht rauspringen, weil Perle keinen Fallschirm hat. Hier ist Jane an Arama, Alter. Verpiss dich, Jane. Das hier wieder so eine Zuckerperle, die ganz schnell ist. Ach so, darum bin ich grad weggeflogen. Ja, ist normal. Oh, ey. Ihr legt das drauf an, ne? Hier wird's auch ein Bildern ins Gesicht. So, hier, klatsch, klatsch, Alter. Ja, Perle ist voll auf die Fresse geflogen. Stirb. Lässt du sie mal in Ruhe, du kleiner Hässe hier. Hier, Jane, Alter. Oh mein Gott. Boah, ist hier die Leiter, oder die Treppe, Alter. Ne, ich find's hier nicht mal raus. Das ist das Problem, weil ihr solchen... Exit, ja, okay. Jetzt. Hier ist nirgends und exit ihr Behinderten. Ja, gut. Bin wieder in den Raum, wo wir vorher waren. Hier. Ach so, ja. Pa, 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 Paau. Ich geh' dich above ihm. ,,Stay keep it steady so I get a shot." Mach's count, Love! Fungle Killbane? Ich kann keine Waffen benutzen. Verstehen die Unterfangen? Sowas. Okay, einfach nur vor denen rumschweben. Wir haben dich gefangen. Tick du bist. Perle schreibe ich nicht an. Ich finde es lustig, dass sie mich auf einmal anschreibt, obwohl ich das Ding überhaupt nicht geflogen bin. Matt Millers, cheers. Fahrzeug, äh, Fahrzeug, Scheinwerfer. Okay. Scheinwerfer ist ein geiles Fahrzeug, ne? Ich weiß dir, man. Du weißt, du bist zum Lichtstrahlen. Best Fahrzeug ever. Was willst du mehr? Oh, ich bin Licht. Ich blende dich zu Tode. Ja. Oh, warte, hier ist ein Haus, das ich noch nicht habe. Na, wie teuer ist es? Tausend Euro. Gut. Habe ich überhaupt keine neuen Verbesserungen mit Level abgerichtet? What the fuck? Yay. Oh mein Gott, ich habe hier gerade was gekauft, dass ich hier ein ganzes Viertel einfach so zu meinem Besitz machen kann. Wo denn das? Bei Boni. War wahrscheinlich noch nicht für mein Level, oder? Ich weiß nicht. Das kann man sich mal wieder kaufen. Oder? Was sieht lustig aus? Nee, nur einmal. Ich muss zugeben, ihr seid echt schlecht im Schießen. Bist ja nett, ey. Oh, hier war noch ein Haus, ne? Das hat 1.000 gekostet, ne? Jo. Stand da gerade Xbox, oder was stand da? Geil, ey. Ich glaube, ich habe hier gerade was gekauft, wo diese Amokfahrt war, die so schwer war. Ja, muss ich nicht mehr machen. Geil. Welchen Level kann man das denn lernen? Äh, guck mal. Ich glaube, hier ist die normalen Pistolen auch schon mit dieser Laserwaffe rumrennen, Alter. Boni, ähm. Stadtübernahme? Ja. Steht da nicht. Benützt du 28. Ja, Alter, wie hoch bist du denn, Alter? 29 bin ich schon. Warum bist du so hoch? Weiß ich nicht. Ist das... Was ist das scheiße denn? Ich meine, ehrlich, hast du ohne mich weitergespielt? Ich schwör's dir, ich hab nicht weitergespielt. Das würdest du doch sehen, Mann. Na, was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Kurze Aufnahme-Cut.